Wenn du damit andeutest, dass du mit deinem Winkeladvokaten dort einziehen willst, dann vergiss es. Freddy wird mich verlassen. Oder ich ihn. Ach, was spielt das schon für eine Rolle. Ich wette Nummer 4 steht bereits auf der Matte. Weißt du, ich hätte mir das damals schon denken sollen, als ich mir diesen billigen Verlogen-Sang schenkte. Nein, nur das Silber. Der läuft doch schon an. So etwas kann ich mir doch in jedem Ramschladen kaufen. Und zwar Silber. Die war... So lang, aber dabei so breit. Und die haben so komische Fäden, in denen sie dann so drin hängen. Und dann habe ich eine Panikattackung gekriegt. Und dann habe ich eine Panikattackung gekriegt.